Hallo und herzlich willkommen hier zur 90. Folge von Transport Fieber am Freitag auf MikeWohazardTV. Ich bin der Eisdweger und begrüße euch hier wieder ganz herzlich zurück. Und in der letzten Folge haben wir jetzt Virginia mit ÖPNV versorgt. Wir haben hier uns wieder mal für Straßenbahnen entschieden, um so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Cambridge hat ja in der Folge davor bereits, also am Mittwoch, bereits Busse bekommen, die hier schon fleißig rumgurken, natürlich noch eine schlechte Nutzung haben, weil warum soll ich mit dem Bus fahren? Einmal um die Ecke macht ja auch keinen Sinn. Guckt mal hier, hier hat sich jemand gedacht, ach ich baue mal einen Laden auf der anderen Flussseite. Warum auch nicht? Kann man ja mit dem Bus hinfahren. Haha. So. Seht ihr hier die Häuser auch schon am Wasser quasi, Wassergrundstücke hier. Einer wohnt da drin. Wow. Das sind auch mal ältere Häuser. Das sind nicht alles so hochmoderne. Aber hier fahren hochmoderne Busse zumindest und aber noch keine Schiffe und deswegen ist noch nicht viel los. Aber das werden wir jetzt mal klären, dass hier auch etwas Action reinkommt zwischen Virginia und Cambridge. Und da kümmern wir uns jetzt drum, denn Virginia sagt sich auch, warum soll ich mit dem Bus fahren? Bringt ja nichts. Aber wir haben jetzt hier Schiffe, die fahren natürlich wahnsinnig langsam. Also ne, denkt daran, sind nicht so die schnellsten. So, wir haben natürlich jetzt nur moderne Schiffe noch, also was heißt moderne, die Zürich hier, die ist von 1935, die ist natürlich nicht mehr nicht das modernste. Wir müssen natürlich auf die Geschwindigkeiten achten. Guckt mal, das Ding, die Zürich, die hat jetzt natürlich 125 Passagiere, kann sie aufnehmen, fährt aber nur 25 kmh. Dieses Hovercraft hier, das HCSRN6, das kann nur 15 aufnehmen, hat aber eine Geschwindigkeit von 93. Ja, also das ist deutlich schneller. Ist eine größere Variante. Ja gut, ist ein Luftkissenboot halt. Ist deutlich schneller, kann aber nur deutlich weniger Fahrgäste aufnehmen. Und das Ding mit 26 ist nicht wirklich schneller als die Zürich, aber deutlich moderner. Und kann immerhin 175 Passagiere aufnehmen. Ansonsten haben wir hier jetzt frachttechnisch die Viola für Rohöl, Öl und Treibstoff. Und dann auch noch die Axalb für viele andere Sachen, für fast alle anderen Sachen. Und dann auch noch etwas moderner. Die, wie heißt sie, Merlin. Aber nicht für Flüssigsachen. Und da müssen wir dann die Viola verwenden. Aber Flüssig kann die hier nicht transportieren. Aber 250 Tonnen kann sie befördern. Also sie ist auch nur 36 kmh. Nicht gerade langsam. Aber wir brauchen ja jetzt eh die Graf Zeppelin kaufen wir, denke ich. Und wir gehen langsam ran, aber dann eher mit viel Kapazität. So, ähm, kaufen wir die Graf Zeppelin, kaufen wir gleich vier davon. Eins, zwei, drei, vier Graf Zeppelins. Und die setzen wir jetzt alle auf eine Linie, die noch gar nicht vorhanden ist. Fällt mir gerade ein. Und, ähm, die müssen wir natürlich auch erstmal noch schnell einrichten. So, dann machen wir jetzt neue Linie und, ähm, richten die ein. Von dort, von Virginia Beach Transfer nach Cambridge Zentrum. Und hier seht ihr die Route. Einmal schön den Fluss entlang. Ja. Wie geht's hier lang? Ist ein ganz schönes Stück. Werden sie eine Weile brauchen für, auf jeden Fall. So, machen wir jetzt hier Personen, ähm, machen wir Schiff. Und zwar jetzt, ähm, ähm, Virginia, 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 Virginia nach Cambridge. Wie, passt gar nicht mehr hin? Jetzt schon, jetzt schon voll. Ist ja schrecklich. Machen wir Wirk. Wirk. Nach. Kamp. So. Haben wir auch. Und dann werden die Schiffe jetzt direkt darauf gesetzt. Und los geht's. Die gucken wir uns jetzt auch sofort an. Und jetzt kommt ja gleich so ein Monsterschiff hier raus. Da geht das Tor auf nach oben. Ein Rolltor. Und da kommt sie raus. Die Graf Zeppelin. Schaut sie euch an. Ist das nicht ein schönes Schiff? Ich bin auch nur sehr langsam unterwegs. Ist auch nicht die Höchstgeschwindigkeit. Also kann noch ein bisschen schneller. Was noch geil auch. Er legt sich sogar in die Kurve. Was noch geil gewesen. Wir hätten natürlich auf der Flagge hier auch natürlich unser Wappen drauf machen können. Ist hier irgendwo unser Logo drauf? Auf dem Schiff. Was? Das ganze Schiff hat nicht einmal unser Logo drauf. Das ist ja nur ein bisschen maun, ne? Aber gut. Guckt's euch an. Da ist es. Die neue Graf Zeppelin. Fahrt aufnehmen. Richtung Virginia Beach Transfer. Und gucken wir uns nochmal kurz an. Da ist sie. Sieht sie nicht schick aus. Wenn auch nur in weiß. Wir können sie aber auch umlackieren. Ja? Wenn ihr wollt. Können wir jetzt auch sagen. Sie soll blau sein. Also naja. Gut. Ich sehe gerade. Das ist nur der Rahmen. Der gemacht wird. Ähm. Wenn wir das mal heller machen. Dann sehen wir das besser. Hier. Gelb zum Beispiel. Oder auch rot. Ähm. Ja gut. Äh. So viel weißer. Man hätte lackieren können. Ne? Aber gut. Okay. Bleibt in der Farbe. Aber ist ja ein schnickes Schiffchen. Und jetzt haben wir hier auch Schiffverkehrfahne. Kommen jetzt die vier Graf Zeppelins da raus. Und dann wird jetzt Virginia hoffentlich auch anfangen. ÖPNV mehr zu nutzen. Und natürlich auch. Ähm. Cambridge. So. Wir können natürlich das Ganze jetzt auch noch verstärken. Hier unten in Cambridge. Indem wir eine Querverbindung machen mit dem Bus. Was ein sehr langer Weg ist. Von Cambridge bis nach Victorville rüber. Man könnte natürlich auch eine Querverbindung jetzt machen. Hier von Hialeah. Wollen wir ja eh mit einem Zug hier runter bis nach Victorville. Dann könnten wir dann noch rüber nach Cambridge fahren. Theoretisch. Ähm. Nää. Lassen wir. Wir wollen jetzt hier in Cambridge auf jeden Fall mehr haben. Wir machen das mal ein bisschen schneller jetzt. Wenn wir mal ein bisschen was sehen können. Dann werden die Schiffe hier fahren. Und ähm. Der Vortritt. Alles klar. Cambridge Zentrum. Die müssen sich erst noch verteilen. Weil die docken immer so komisch an. Wir können ja mal eine Runde mitgurken hier. Und jetzt geht es unter der Brücke durch. Oh. Da passen wir gar nicht durch. Oder? Warte mal. Stopp. Interessiert mich jetzt, ob das passt oder nicht. Boah. Eigentlich würde es nicht passen. Weil der Mast wird schon durch die Brücke durchgehen. Ähm. Gut. Ist natürlich wieder clever. Äh. Gehandhabt hier. Ähm. Ne. Geht mitfahren. Stell mal hinten aufs Deck. So. Fangen wir eine Runde mit. Wir werden ja gleich verfolgt von unserem nächsten Boot hier. Von der Schiff 3 quasi. Ja. Schiff 2 wird zuerst dahin. Haha. Nach Cambridge Zentrum. Fullspeed. 26 kmh. Ähm. Wir haben jetzt eine Taktzeit bei 4 Booten von. Jetzt kommt. Sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Ähm. Wo haben wir ein Schiff? Muss der ganz unten sein. Ähm. Acht Minuten. Alle acht Minuten kommt ein Boot. Das geht aber noch. Also ne. Wir haben jetzt schon vier Boote hier drauf. Ähm. Boote. Wir haben hier vier Schiffe drauf. Ja. Also wir könnten natürlich jetzt auch noch sagen. Okay. Wir wollen da mehr haben als vier. Oder das können wir später gerne noch irgendwie machen. Der fährt hier voll durch mit dem Mast durch die Brücke. Aber gut. Ist okay. Wenn der sagt, dass es passt. Und er sagt, es passt. Ja. Hier ist Grün. Dann schau, dass er überhaupt hier durchgefahren ist. Weil er eigentlich schiffbar ist ja hier hinten. Aber gut. Okay. Er dockt erstmal an jetzt hier am Hafen. Natürlich noch keine Fahrgäste da. Aber hier wird sofort gebaut. Seht ihr. Virginia Beach könnte auch groß werden, weil es jetzt halt auch zweimal angeschlossen ist. Wird gleich ein größeres Haus gebaut. Ähm. Wird ja dann einmal über Schilfe und einmal über. Achso. Einen Flughafen wollen wir hier ja auch noch bauen in Virginia Beach. Da soll ja auch noch ein Flughafen hin. Der kommt hier auch mal hin. Also richtig gut angeschlossen, denn die Stadt hier. Ähm. Mit drei verschiedenen Dingen. Quasi. Ja. Das ist die Virginia Beach. Wird dann auch noch hoffentlich etwas wachsen hier alles. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ähm. Ob überhaupt was abgeht. Mal gucken. Abwarten. Ja. Nur die Schiffe sind auf dem Weg. Ihr seht, das ist ein langer Weg. Da oben sind die gerade mal. Und hier unten wollen sie hin. Ähm. Ich würde dann mal dauern, bis sie hier ankommen, denke ich. Aber. Dem ist dann wohl so. Ich mache jetzt erstmal die Zeit ein bisschen schneller hier. Damit wir auch noch erleben, dass die Schiffe hier unten ankommen irgendwann mal. Und ähm. Schauen wir mal, was so läuft. Schiffe sind unterwegs. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist nicht die schnellste. Hätten noch ein paar Wellen schlagen können. Und dann die Schiffe so nach oben auf dem Wasser ließen. Langsam machen machen sie es auch nicht. So. Kann man die Zahlungssachen hier abschalten? Die Kosten schalte ich mal ab. Dass diese roten Markierungen jetzt nicht mehr hochkommen. Lassen wir weg. Dann kommen jetzt nur noch die Einnahmen. Und dann geht das schon. Ja, wir sind fleißig auf dem Weg hier. Haben wir natürlich einen weiten Weg. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt jetzt. Und. Oh, aber da warten schon die Ersten. Also, der Erste. Oh, da kommen die Nächsten drei. Und der Bus bringt auch wieder einen. Da warten sie schon. Da sind sie. Da stehen sie und warten. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn sie sich hier vorne andocken würden. Was? Schiffe die hier anlegen. Seitlich. Und dann würden sie hier ranlaufen. Aber gut. Wenn die das so haben wollen. Dann eben so. Da hinten kommen sie. Sie kommen. Dauert halt nur noch, bis sie da sind irgendwann. Der Bus bringt auch wieder drei. Na, ist ja schön. Dann bringt das jetzt schon mal was. Dass jetzt schon mal die ersten Passagiere hier hingebracht werden. Jetzt zum Dock. Dann sollte das in Virginia, denke ich, jetzt auch der Fall sein. Dass da die Ersten schon gebracht werden. Dann werden die schön, wenn sie es noch ein bisschen verteilen, denke ich. Ich hoffe, die bleiben jetzt nicht ganz so dicht zusammen immer. Müsste aber eigentlich. Ah, da kommt keiner gerade. Okay. Aber der bringt wieder einen. Aber die gelbe. Ich weiß nicht, die pinke Linie bringt hier mehr Fahrgäste. Aber die fährt auch durch die Stadt durch. Die andere fährt ja außen rum hier. Und macht hier die Runde quasi. Der wartet jetzt schon da hinten. Seht ihr, ne? Hat ja auch eine Art anzudocken. Einmal hier durchfahren durch die Brücke. So, dann hat er die acht Leute eingeladen und ab geht's auf dem Rückweg. Sieh, das ist im Endeffekt lohnt. Er fährt natürlich durch die Brücke hier durch. Das ist natürlich auch ein Weg, ne? Aber die warten dann schon da hinten, okay? Ja, Fahrt durcheinander durch. Ist auch sehr clever gelöst, immer. Weil schifftbar ist die Brücke. Obwohl, da ist nicht so viel Platz mit der Brücke. Die machen das schon. Aber hier ist auch geil. Und hier ist eigentlich gar nicht schifftbar. Und trotzdem fährt er so ran. Aber ist okay. Er hat auch wieder fünf bekommen. Wartet noch kurz. Ob er gleich weiterfährt. Jetzt haut er wieder ab. Und los geht's. Aber jetzt werden ja auch schon aktiv immer wieder Fahrgäste geliefert, in Anführungsstrichen. Viel geliefert, klingt auch geil, oder? Es werden Fahrgäste geliefert. Wie viel lieferst du? Null. Was? Null? Dann kommen wir wieder zu Fuß angelaufen auch. Geht ja auch, natürlich. Warum nicht? Wird auch gebaut. Im Wohnhaus. Ich gucke, ob sie die drüben auch noch irgendwann bauen werden. Aber ich denke mal schon. Das hat sich so rangequetscht hier ans Wasser. Da denke ich schon, dass es jetzt auch rübergegeben wird auf die andere Seite noch. Da war schon mal was gebaut. Direkt daneben hier, in dem Depot. Na, kommt bestimmt irgendwann wieder was. Aber wir sehen, dass unsere Schiffe schon mal Fahrgäste bekommen. Auf jeden Fall. Das ist schon mal wichtig. Also genutzt werden wird das schon mal. Wir haben drei Milliarden übrigens auf dem Konto in der Zwischenzeit. Ja, also. Sieht auch, ob ich einen Plus mache. Hier haben wir halt viel gekauft. Wieder wahrscheinlich. Wenn immer, haben wir bestimmt neue Fahrzeuge viel gemacht. Oder Baukosten. Neue Fahrzeuge, ja. Die Betriebskosten liegen schon bei 250 Millionen im Jahr, Leute. Guckt mal, ne. 253 im letzten Jahr. 253 Millionen nur an Betriebskosten, ja. Die Einnahmen waren nicht so hoch trotzdem. Wenn man guckt, 300 Millionen nur. Also wir haben gerade mal 50 Millionen knapp Gewinn gemacht. Weil die Eisenbahn bringt viel. Aber könnte man bestimmt noch weiter optimieren. Aber, oh Gott. Jetzt dauert es natürlich, bis das Schiff wiederkommt. Hier sind ja gerade erst alle weg. Die haben sich aber ein bisschen verteilt. Ein bisschen zumindest. Hier warten aber schon ein paar mehr, wie ihr sehen könnt. Hier warten schon 46 in der Zwischenzeit. Und es werden natürlich auch nicht weniger. Können wir ein bisschen beobachten hier. So, er bringt nichts mit. Können wir beobachten, was hier abgeht. Er bringt auch keine Fahrgäste. Bringst du was? Übrigens einen vielleicht. Nein, der will aber weiterfahren. Übrigens zwei. Ja, ist einer ausgestiegen. Er hat hier schon wieder so eine komische Straße entwickelt, die ich nicht haben will. Aber ihr seht, die Schiffe sind unterwegs. Da kommt es gerade an, das erste Schiff. Mal ein bisschen langsamer machen jetzt. So, der hat immerhin acht Passagiere. Mal gucken, was der jetzt für die acht Passagiere auf der Strecke angeht, bringt. So, gucken wir mal. Ah, 28.000, das ist nicht der Knüller. Aber kostet ja auch nicht viel im Unterhalter Schiff. Darf man nicht vergessen. 120.000, das ist ja... Oder 160.000 Betriebskosten jetzt. Das ist, denke ich, schnell drin. Jetzt kommen hier auch Fahrgäste angeliefert durch... Erstmal bringt die Bahn ja hier Leute halt her immer wieder. Und dann haben wir halt, wie auch die Fahrsagestät mitnimmt. Und wird die Stadt ein bisschen wachsen. Können wir mal gucken, hier Einflussgebiet. Wird schon laufen, denke ich. Und das nächste Schiff, der hat nur fünf Fahrgäste. Können wir auch mal gucken, was sechs Kilometer bringt. Na, nicht mal ein Tausender der Kilometer. So, okay, 17.000 nochmal, aber immerhin. Der hat jetzt immerhin 46 dabei, also... Ist ja, was weiß ich nicht, etwas über ein Drittel voll, glaube ich. Na, knapp ein Drittel voll. Ne, nicht mal ein Drittel voll. Aber es läuft und das ist der Punkt, dass jetzt das hier auch läuft. Ich muss nicht noch ein bisschen mehr verteilen. Oder ich brauche halt mehr Schiffe, wie auch immer. Aber da gucken wir mal. Da muss erstmal das Fahrgastaufkommen noch ein bisschen steigen, bevor wir hier mehr Schiffe auf die Gedanken kommen, mehr Schiffe einzusetzen. Aber da warten wir mal ab. Und nächste Woche werden wir uns mal gucken. Ich sehe gerade hier, Baumaterial läuft auch richtig gut schon. Da haben wir hier 177, wie viel kannst du? 216, perfekt. Und alles mit. Wunderbar. Ja, jetzt veralten die ganzen Züge. Da müssen wir mal gucken. Entweder werden die automatisch getauscht direkt, oder wir müssen da selber ein bisschen Hand anlegen wieder, weil das vielleicht Züge sind, die wir noch nicht eingerichtet haben für den automatischen Tausch. Ist er voll? Ne, aber fast. Der Zug, finanztechnisch gut dabei. Nicht jedes Jahr, aber fast immer. Also, es läuft. Wir müssten hier einen weiteren Stahlzug noch einsetzen. Ich sehe schon, dass der Stahl hier nicht ausreichend abgeholt wird. Und, ähm, was machen wir noch schnell? Wir machen noch einen zweiten, einen weiteren Ölzug und einen weiteren Stahlzug. Was meint ihr? Machen wir mal. So, die Ölzüge. Ich muss mal kurz gucken. Ach, es hängt gerade. So, jetzt. Ähm, Ölzüge. Wie viele Waggons haben die denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Ich habe natürlich auch noch eine neue Lok jetzt davor gesetzt. Und, ähm, holen wir mal ein paar Züge raus. Vielleicht haben wir so wenige. So, zack, mal wieder Güterverkehr kümmern. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann geht es auf die Rohöl-Linie, die wir erstmal wieder finden hier. Rohöl-Güterbahnhof. Und raus mit dir. Und jetzt will ich noch einen Stahlzug haben. Da habe ich aber, glaube ich, mehr Waggons. Da fahren mehr. Ähm, das ist nicht der Stahlzug. Das ist der Stahlzug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ne, sind auch nur zehn. Sind auch nur zehn Waggons. Ähm, reicht ja auch eigentlich vollkommen. Ähm, so, zehn Waggons sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und den setzen wir auf die Stahl-Linie, damit wir das mal finden auch wieder hier. Stahl, da ist er. So, und raus mit dir. Und dann sollten wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Stahl liefern können überall hin. Oh, guck mal, die Yonkers kriegt auch schon seine ersten Wolkenkratzer hier. So langsam. Sogar am Stadtrand. Ja, wahrscheinlich wegen dem, äh, Depot hier. Denn, so durch die, so durch die Busverbindung hier haben wir hier natürlich jetzt auch noch gute Anbindung an der Seite. Also nicht nur hier mit der Bahn. Ne. Flughafen, ich weiß gar nicht, wie voll die Flugzeuge in der Zwischenzeit sind. Gucken wir mal. Fünf Fluggäste ist natürlich wenig. Das bringt ja noch gar nichts hier. Jetzt sind es elf. Naja, gut. Gut, das ist noch nicht so optimal von einer Menge her. Da muss noch ein bisschen was passieren. Aber ich denke, das wird hoffentlich noch irgendwann. Aber Yonkers wächst definitiv weiterhin. 3.700 Einwohner. Ähm, das ist gar nicht New York. Ist auch schon riesig geworden. Hier auch wieder Wolkenkratzer neben dem Wolkenkratzer. Ja, es sind jetzt schon drei im Prinzip. Aber das ist ja auch einer von den großen. Ähm, New York City hat in der Zwischenzeit 4.500 Einwohner. Schwankt ein wenig, aber wir müssen hier mit der Bahn noch was machen. Ey, ich krieg die Leute nicht weg, ne? Weder auf der Fernlinie noch auf der Yonkerslinie. Ähm, Mache ich die Züge länger und dafür weniger? Ähm, das ist nämlich die Frage. Meist die länger und dafür weniger? Die hier. Die nach Yonkers fahren. Da müssen wir mal gucken, müssen wir mal überlegen, ob ich die länger und dafür weniger mache. Aber, das überlege ich mir, das entscheide ich erst in der nächsten, in der nächsten Woche quasi. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe, ihr hattet Spaß und würde mich sehr freuen, euch morgen in deren, äh, Quatsch, morgen, am Sonntag hier, Quatsch, am Sonntag jetzt, jetzt bin ich voll raus, ne? Jetzt ist, jetzt ist vorbei hier. Äh, würde mich natürlich sehr freuen, euch hier am Montag wieder begrüßen zu dürfen. Bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe, ihr hattet Spaß und sage Ciao, Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.